Da ist ein Spion bei uns irgendwo Was bist du jetzt? Gute Frage Ich bin grad so ein Mechaniker Wer eitet dich auf die Untersuchung vor? Wer bleibt immer da? Alarm, Eroberung unseres Kontrollponts Sparwahl unserer Verteidigung bei mir Ich habe euren Mörder geheimnis Voller Schuss Kamerad Wo bist du? Feuer, Feuer, Feuer Sieht nach dumm Kopf fest aus So Eure Überreste werden noch keine Fischstunde Bereit zum Laden Hey, schnappt sie Und isst mich so Ich werde deine Knochen los sehen So Dann nehmen wir mal wieder Den hier Weil ich bin grad nicht so Nicht so gut, ja Scheiße Und ich brauch grad weiter Was du baust? Also bist du Dings Ja Ich habe nicht gehört Ich habe ja gesagt Selber Schuld Ich habe schon ziemlich viel Ach komm Au Aj Ohh Au Jubel Ä Au Ich Ich Scheiße. Oh, jetzt hab ich grad meinen Teleporter bei euch aufgestellt. Dann suchen wir den Teleporter. Zu viele Waschlappe, ihr Schust ihn! Zerstören ihn. Ganz nicht. Er ist mir wieder zerstört. Ich muss das Gerät auch in Betrieb noch machen, nein, das ist so egal. Ich muss das Gerät auch in Betrieb noch machen, nein, das ist so egal. Ich muss das Gerät auch in Betrieb noch machen. richtig gut geknallt das ist gar nicht wo verdammt bin ich ist auf den Kontrollpunkt ja hier sollte jetzt laufen vorgelegt welchen wir sind das ist nicht die Mutter ist es aber alle auf dem Ort seinen Namen wie du mit nachdem ist das Adresse findet man sich ja auch noch mehr ja das lassen man schon sein das sind der Rest in die Kommentare ja bestimmt tue ich das oh ich war wirklich ein Spion aber es gibt tausende es gibt aber tausende von Sebastian Lechnas also ich gebe ein paar Informationen die ich ey ja das lässt du auch spüren 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 halt er hat sie aber schon ziemlich beschädigt er muss bei uns das Spiel und ich weiß nicht wo das es wurde zerstört hat meine Sache immer muss doch hier nur hier sein er hat sie er hat sie er hat sie er hat sie 2 dann auch wenn es dir meine Sachen zerstört bekommen ich Rache Lust der Welt meine Waffe stärker welche Farbe bist du noch mal blau oder äh rot bist du genau was okay okay schau mal was wer meinet ich auch ich bin blau auch Hallo warte nehm ich schnell was anderes warte schnell ich baue eh schon Verteidigung auch dabei nur ey bleib da wenn ich das mach dann kriegst du auch den oder es wurde seit dem Baukunden ich habe die Überladung doch warte nur bis überladen muss bei mir bleiben ja ja ich muss jetzt mal die Sachen machen so und jetzt mit Linkstick drauf einpacken und irgendwo anders wieder hinstellen es wurde seit um und dort wo es das war eigentlich gut wohin ja du bist da unten war auch einfach in der Bautein von selbst auf wieder ich weiß ich weiß du bist da ja 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 ich bin jetzt wir machen sie unsere Zeit gerade platt sie haben aber besser erst mal wissen ach du hast das hast du ach 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 hinten ist einer bist du kopf Bau schnell Bau schnell Bau schnell es wurde Zeit hinzugefügt ja mach ich schon aber dafür brauche ich die Punkte dann kann ich die komm schon komm schon komm schon Wetter Alarm Eroberung des Kontrollpunktes ihr seid so klein sehr lustig ich baue grad die Waffe hallo gut hey da war ein Spion es wurde Zeit hinzugefügt ok ja ich mach grad die Waffe das ist die ja seh ich grad tot hab ich noch nicht ja wow du draußen wird unser Punkt weg ok soll ich ihn woanders hinstellen tue ich grad mal ich bin tot kack wie ja 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 aber ich hab grad neu aufgebaut ich habe ich habe schädelos schon wieder zerstört verdammt hier Sebastian wir haben ein äh neun Zentral hier bauen ach egal du magst du was noch nicht bauen noch nicht bauen Bau erstmal das hier Bau er hau erstmal auf das hier ein was ich grad hingestellt hab ich bin ich hab ich hab und das so was ist es muss ein mal rumlaufen ja ich mach kurz er achten zwei achten da wird es nicht leer ha den hab ich mal gut erwischt voll in den rücken geschossen Beide kaputt. Meiner auch. Ah scheiße. Spion ist schon wieder bei uns. So, machen wir jetzt. Kommt nächstes. Hoffentlich sind wir zusammen. Ah, ich bin rot. Ich bin blau. Warum sind wir immer Gegner? Kannst du mir das verraten? Dann snipe ich dich doch mal weg.